AWFNR 449 mit keiner Geringeren als der wunderschönen, sehr schlauen, hocherfolgreichen, nicht immer sich selbst vertrauenden Andrea Petkovic. Viel Spaß! Petko. Hi. Ich freue mich richtig, dass es geklappt. Also, ich hatte ja so manch Gast hier und die schönste Zusage, die ich je bekommen habe, war von dir, weil du, ich habe dich gefragt, kommst du vorbei, können wir mal telefonieren in meinem Podcast und du so, ach, warum nicht, bin ja jetzt arbeitslos. Korrekt. In der Annahme, dass du einfach ja nichts mit zu tun hast und einfach Zeit hast. Es gab aber noch nie jemand, der dann so wenig Zeit hatte. Du bist ja, also, du bist ganz schön beschäftigt gerade. Ja, das stimmt. Ich glaube, das war die Angst vor dem großen Schwarzen danach und ich habe mir erstmal alle Termine, die irgendjemand mir angeboten hat, zu allem Ja gesagt und dann war ich natürlich heillos überarbeitet. Jetzt wird es aber die nächsten zwei Wochen ein bisschen ruhiger bei mir. Ja. Das heißt aber, du bist jetzt, also, du bist zurückgetreten, von deinem, du hast, du bist retired. Ich bin retired. I'm a retired ex-tennis professional. Ich schaue in, wir sind bei dir zu Hause, im wunderschönen Darmstadt. Auch das, du hast ja Darmstadt schon auch represented. Ich meine, wir beide kennen uns aus New York. Du bist immer noch nicht vorbeigekommen bei uns in L.A., aber sonst bist du die Welt bereist und jetzt bist du, kommst du ursprünglich aus Darmstadt? Also, ich wurde im ehemaligen Jugoslawien geboren, aber ich war schon, als ich ein Baby war hier in Darmstadt, ich bin hier aufgewachsen, meine Freunde sind hier, ich bin hier zur Schule gegangen, bis ich dann die große Welt eroberte mit meinem Tennisspiel, mit meinem Schlägergeschwinge. Was steht da in der Ecke? Was für ein Pokal ist das? Auf was gucken wir da? Oh, das ist der größte, den ich habe. Es ist nicht der wertvollste, ich glaube, der ist ziemlich billig vom Material her, aber das ist meistens so, wenn du kleine Pokale hast und die nimmst du in die Hand, sind die oft super schwer und echt auch teuer und wertvoll und die großen Dinger sind oft so Billo-Metall. Aber der ist von der Wertigkeit des Turniers, das ich damals gewonnen hatte, ziemlich groß. Das war mein Masterstitel, also am Ende des Jahres gibt es immer zwei Masters, das eine für die ersten acht Spielerinnen, das zweite für die zweiten acht und ich hatte das für die zweiten acht gewonnen, also von acht bis sechzehn. Damals stand ich, glaube ich, so elf in der Welt. Aber nur ein Pokal steht hier, ich gucke mich um, es gibt keinen zweiten Pokal, also ich war bei manch Fußballer schon zu Hause, also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt auch welche, die bauen sich Häuser nach, also es gibt ja A, ein großes, also du hast ja das Glück, dass du selbst den Pokal gewinnst, den darfst du ja dann anscheinend auch mitnehmen danach. Ich habe jetzt gerade von Roger Federer wieder so ein geiles Foto gesehen, wie er so nach Wimbledon mit dem Pokal in der Welt stand. Ja, und mit allen, der hat ja auch ein paar dann da stehen. Aber Fußballer, da gibt es ein Riesengeschäft mit Replika, also es gibt quasi so Leute, wenn du Weltmeister wirst, dann kriegst du ja keinen Pokal, aber es gibt einen großen Bedarf, trotzdem einen Pokal bei sich zu haben und da gibt es einen High-End-Anbieter, der so für 45.000 Euro, da das aber so ein großer Erfolg für jeden ist, sagen die alle, ja klar mache ich das und so weiter. Also es gibt ja auch jetzt nicht so, Marktwirtschaft geht dann glaube ich jetzt nicht so rein, aber die bauen dann, und das muss ich schon, also das habe ich genauso schon gesehen und erlebt, dass quasi im Eingangsbereich, du wie in so einem, also es ist tatsächlich, warst du mal in Barcelona im Fußballstadion, da ist auch so ein Museum. Genau, ja, ja, da war ich auch schon mal, ja. Genau so sah es aus. Ah, echter Gott, in so Vitrinen beleuchtet. Du musst erst mal über die bisherigen Erfolge zur Begrüßung durchgehen, das ist ja bei dir nicht so. Nee, ich halte es eher so wie Julia Roberts, die hat ihren Oscar wohl in ihrem Badezimmer stehen und sie sagt, das ist eigentlich total schlau, weil wenn sie Gäste hat und die müssen mal aufs Klo, sehen sie den Oscar ja trotzdem, aber denken sich, ach guck mal, die Julia, so bescheiden, die hat den hier einfach auf dem Klo stehen, ist ja total egal. Und ich halte es eher so, ich habe die ein bisschen hier im Haus verteilt, aber man muss mich schon ein bisschen besser kennen, um die dann auch zu sehen zu bekommen. Aber ich habe hier geradeaus, habe ich meine Journalisten-Awards, was ja der größte Witz ist, weil ich bin ja gar keine Journalistin. Naja, also. Ich moderiere eine Sportsendung und dann habe ich den Deutschen Newcomer Prize bekommen. Wann hast du denn gekriegt? Das spricht weniger für den Preis als für mich, sage ich mal so. Die Deutsche Journalistin, aber naja, also da sind wir ja schon beim Thema. Du fängst jetzt an, also was machst du jetzt? Wenn du jetzt irgendwo ein, du musst ja wieder einreisen, wenn du vielleicht wieder nach Amerika gehst und bisher hast du da, also wie bist du überhaupt bisher eingereist? Hast du da Tennisprofi angegeben oder hast du Tourismus, hoffentlich merken sie es nicht. Ne, 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 wir haben, also wir dürfen mit dem ESTA, also dem Tourismusvisum reisen, weil dieses Preisgeld ist so eine Grauzone. Wenn du quasi nicht ein festes Gehalt bekommst, sondern theoretisch, wenn du verlierst, gar kein Preisgeld verdienen könntest, dann ist es so eine Grauzone und du darfst als Tourist einreisen. Aber ich bin immer mit so einem Wisch durch die Gegend gefahren von der WTA, von unserer Organisation, Tennisorganisation, wo dann drauf stand, Andrea ist selbstständig und sie spielt für uns und sie gewinnt Preisgeld, hat aber kein festes Gehalt. Und dann bin ich immer auf meinem Tourismusvisum ein- und ausgereist. Und gab nie Ärger. Doch, natürlich, es gab immer Ärger. Nicht immer, ich versuche dann meinen Charme anzuschmeißen, dann geht es meistens und Sport finden die Amis ja gut. Oder? Deswegen, das ist ja eigentlich ein ganz geiler Conversation-Starter dann auch so. Ja, auf jeden Fall. Vor allem in New York, wenn du sagst, ja, I'm here to play the US Open. Oh my God, are you kidding me? Deswegen, das ging immer ganz leicht. Das funktioniert ja. Und geimpft bist du ja auch, deswegen darfst du einreisen und wahrscheinlich nicht überhaupt mitspielen. Auch das ist ja nicht so einfach these days. Also, zurück zum Thema. Was machst du jetzt? Bist zwar arbeitslos, aber so richtig hast du was zu tun. Ich bin arbeitslos. Ich würde eher sagen, ich bin Rentnerin. Ich habe ja 16 Jahre hart geschuftet mit meinem Körper. Aber ich glaube, ich würde immer sagen, ich bin Autorin. Das wird, glaube ich, am ehesten passen. Das mache ich am liebsten und das mache ich, glaube ich, auch von allen Dingen, außer am Tennisspiel, natürlich noch am besten. Das machst du sehr, sehr gut. Also, es ist okay, aber es liegt mir, glaube ich, ganz okay. Und ist da was in the works? Genau. Also, ich möchte bis zum Ende des Jahres mein zweites Buch fertig schreiben. Ich habe meine Kolumne in der Zeit und in der Sports Illustrated. Und wir haben ein Racket-Magazine in New York. Du hast vielleicht ein paar meiner Freunde da kennengelernt, als wir da zusammen rumhingen. Und wir wollen das ein bisschen größer machen. Wir wollen das ein bisschen ausbauen zu so einer Art Travel- und Food-Podcast-Network. Und da arbeite ich dann im November dran. Englischsprachig, aber? Das wird englischsprachig, genau. Wir haben schon, also das Racket-Magazine, das ist wirklich ein Magazin. Damit verdienen wir eigentlich kein Geld. Das ist mehr so viermal im Jahr, um was zu haben, was haptisches. Alles andere sind so Racket-Houses und Happenings, die um die Turniere herum geschehen, wo es ein Treffen mit Spielern und Spielerinnen gibt, wo man rumhängen kann. Und das soll noch ein bisschen ausgebaut werden, auch außerhalb der Tenniswelt. Es ist ja schon, also ich habe Mario Gomez gerade getroffen, der mir dann erklärt hat, dass er jetzt bei Red Bull arbeitet im Marketing. Und das fand ich total abgefahren. Also gleichzeitig ist es ja aber als Sportler, jetzt hast du 16 Jahre intensiv eine Sache gemacht, gefühlt. Freust du dich drauf, was jetzt kommt? Oder ist es so, hast du Angst? Oder wie, du wirkst ja schon als jemand, der immer über den Tellerrand geschaut hat und super interessiert war, also zumindest in meiner bescheidenen Wahrnehmung, war das ja das, was dich so super cool gemacht hat, fand ich, dass du eben nicht jetzt Tennis, 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 sondern auch mal woanders hingeschaut hast. Hast du das Gefühl, dass du davon jetzt auch profitierst? Also es ist eine geile Antwort, die du gerade gegeben hast. Also weißt du, es ist ja großartig, dass du jetzt das machst und nicht sagst, ich versuche jetzt Trainer zu werden oder versuche zu beraten oder ein bisschen Fettcup-Präsidentin, keine Ahnung. Barbara Rittner macht dir das noch? Nee, sie hat mich schon gefragt, wie meine Zukunft aussieht, aber das halte ich jetzt mal eher als letzte Option. Also den letzten zwei Wochen nach zu urteilen, hatte ich schon Angst erst mal vor dem Nichts und habe mir wirklich alles reingemacht, was ich mir reinmachen konnte, um das Gefühl zu haben, dass ich noch Arbeite und Termine habe und einen Grund habe, um morgens aufzustehen. Und jetzt, da ich das auch so durchgemacht habe und gemerkt habe, okay, es gibt genügend Sachen, die ich machen kann, jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt und kann jetzt auch mal die Füße stillhalten. Ich glaube, was super wichtig ist, das würde mich auch interessieren, wie du das siehst, wenn du ein größeres Ziel hast und es muss kein riesengroßes Ziel sein, wie ich möchte die Welt verändern, das ist schön, wenn Leute das haben, wie eine Greta Thunberg, das habe ich jetzt nicht. Aber ich habe immer meine Ziele gehabt, wie zum Beispiel ein kleines Ziel, ich möchte mein Buch bis zum Ende des Jahres fertig schreiben oder dieses Racket-Magazin-Ding, das funktioniert super, das möchten wir größer machen und wir wollen, dass mehr Leute zum Tennis kommen, der ja noch immer als irgendwie Elitensport gilt und weißer Sport, wir wollen es diverser machen und inklusiver. Und da habe ich dann so meinen Zweck und daran arbeite ich und wie viel das dann ist, das kann ich jetzt zum Glück selbst entscheiden, nicht mehr wie im Tennis. Und hast du das auch, dass du immer so einen größeren Zweck siehst? Also gar nicht sozusagen von, ich muss jetzt morgen den Podcast machen, sondern das gehört dazu, aber eigentlich ist es nur ein Mittel oder eine Maßnahme für was anderes, was du als Idealbild in deinem Kopf siehst, von deinem Leben oder auch von dem Leben anderer. Also ich weiß, dass relativ früh ich schon als Kind, ich bin hier in Heidelberg aufgewachsen, Mittelchild und wie das halt so ist, ich dann doch ziemlich schnell enttäuscht war, wie unerfüllend der Erfolg war. Also ob das vielleicht ein Mädchen, was ich erobert habe, ob das eine Disco war, wo ich aufgelegt habe, ich habe Musik aufgelegt als DJ oder ob das auch was Sportliches war. Also war es immer so, dass ich es dann nicht so geil fand, wie ich es mir davor vorgestellt habe. Und jetzt wird es ein bisschen stumpf, aber das vereint glaube ich alle. Also und auch mein wahrscheinlich größter sportlicher Erfolg, ob das jetzt das Fußballbuch in Rio oder was auch immer war, war auch relativ schnell klar, what's next? Also was passiert da jetzt als nächstes? Und je älter ich werde, ich bin jetzt 41 und sitze jetzt so hier, desto weniger plane ich und desto weniger große Ziele nehme ich mir eigentlich vor. Ich mache immer sowas im Jahr, aber sonst ist es wirklich einfach cross the bridge when you reach it. Und was auch immer da kurzfristig passiert und dadurch wird es auch nicht so krass aufgeladen. Und ich glaube also genau das, was du jetzt sagst, dass man halt sich Punkte hinlegt, also ein Buch schreiben, ein Kochheft oder es gibt schon Sachen, wo ich sage, das will ich dann da machen. Aber was, zumindest in meinem Leben, was krass Amerikanisches geworden ist, dass ich immer weniger plane und überhaupt gar nicht beantworten kann, wo ich in drei Jahren sein will oder sowas zum Beispiel. Und ich meine, die, nach wie vor ist die größte Frage, also jetzt auch, wir haben zwei Wochenenden, viele feiern mit alten Freunden hinter uns auf Ibiza und da fragen fast alle, wann kommt ihr denn zurück? Kommt ihr zurück oder was habt ihr denn vor? Und da, das ist ein Gespräch, das führe ich gar nicht mit meiner Frau und mit meinem Umfeld, weil das, weil, ich weiß nicht, also du lebst ja auch viel in Amerika. Das ist ja schon auch was Amerikanisches, dass man nicht so, oder andersrum, es ist was deutsch-kartoffeliges, dass wir so den Dreijahresplan und wir brauchen das große Ziel und wir brauchen das und das. So wird man ja schon, ja auch geprägt als Kind und mit dem Studium und da machen wir das und so und das ist schon was anderes in Amerika und ich genieße es sehr, dass es sehr viel kurzfristiger ist und baue das auch sehr bewusst ein. Also zum Beispiel in diesem Podcast-Projekt gibt es ja auch Leute, die mir ein bisschen helfen und die eigentlich am liebsten hätten, dass es einen Redaktionsplan gibt. Ah ja, genau. Wir kamen hier rein, du hast gerade eine ZDF-Redaktionskonferenz gemacht, da habe ich mit großen Augen geschaut, ich habe noch nie eine Redaktionskonferenz gemacht und ich will mir das aber auch erhalten. Also ich finde das auch eine unfassbare Qualität für mich, mein Leben und meine Arbeit, dass ich jetzt morgen ein Telefon in die Hand nehmen kann und mit dem und jenem aufnehmen kann oder vielleicht nach links fahren kann oder diese Freiheit, die du ja jetzt schon auch hast seit zwei Wochen, dass du einfach machen kannst, was du willst. Ja, das ist ein Traum. Oder? Ja, das ist ein Traum. Ich hatte die ersten drei Tage, als ich wirklich aufgehört hatte, also die Phase davor war super schwer, dieser Prozess der Transformation selbst, da habe ich so gelitten dran, das war vielmehr total schwer und dann als es vorbei war. Aber warum? Weil du? Ich wollte eigentlich noch spielen, aber mein Körper hat es mir nicht mehr zugelassen, ich konnte nicht mehr so trainieren, ich habe diese chronischen Ellbogenprobleme, die nicht mehr weggingen, ich brauchte immer mehr Schmerztabletten, um überhaupt trainieren zu können und ich habe gemerkt, das Ende naht, ich kann es nicht mehr so machen, wie ich will. Und wollte eigentlich nicht loslassen. Das war so der schwierige Prozess, aber dann hatte ich mich entschieden und als es dann vorbei war, die ersten drei Tage waren so schön, alle meine Neurosen waren weg und ich dachte, warum habe ich so viel Geld auf Psychotherapie ausgegeben, wenn ich einfach nur mit Tennis aufhören musste? Das kam dann alles wieder, es war dann relativ schnell klar, dass ich es bin und nicht das Tennis, aber diese drei Tage waren sehr schön, aber ich glaube, was du eben gesagt hast, das ist super interessant, was ich auch in Amerika gemerkt habe, was da ganz anders ist, jegliche Arbeit ist sehr projektbezogen. Ich glaube, das ist in letzter Zeit jetzt auch nach Deutschland gekommen, aber da war es ja schon so, du hast einen Job bei VW und da bist du dann die nächsten 40 Jahre und dann hast du genug in die Rentenkasse eingezahlt und in die Sozialkasse, dass irgendwann das damit dann irgendwie leben kannst. Und das war ja in Amerika nie so. Es ist immer, du hast dann als, was auch immer, sei es Redaktion oder Wirtschaftsunternehmen, du hast ein großes Projekt, das musste hinter dich gebracht werden, dann feiern alle drei Tage und dann geht das Gleiche von vorne los. Und das hat sich auch auf den Lifestyle überzogen, glaube ich. Das geht übrigens in der Schule los. Also meine Kids haben keine, die haben keine Klassenarbeiten mehr, keine Tests, keine einzelne Bewertung, sondern nur immer in Vierer- und Fünfergruppen präsentieren die immer. Also genau daher kommt diese Prägung, dass quasi gesagt wird, du bist eh nie auf dich eigentlich alleingestellt. Das ist jetzt in deinem und meinem Beruf ein bisschen anders, aber in anderen Berufssituationen ist es ja so, dass es eher drauf ankommt, wie kriegst du denn als Team was hin und das wird dort sehr viel früher geprägt und also so, die müssen immer präsentieren, die müssen immer kurzfristige neue Konzepte, es gibt keinen Klassenverbund, also es gibt keine einzige, so dieses, oh, das ist jetzt meine Klasse von der 5. bis zur 13., also so war das, als ich damals Abi gemacht habe. Ja, das war bei mir auch noch so. Und total, ich habe Französisch als erste Frenzsprache gewählt, was mich schon sehr geprägt hat. Und was auch saueronisch ist, dass du jetzt in Amerika lebst. Ja, mais je parle français très bien, pas du tout. Nee, aber was gut war, war, dass der französische Zug, sagt man dann dazu, und ich habe das nicht bewusst gemacht, als Völkleister wusste ich das nicht, das war einfach nur Glück des Jahrtausends, aber da waren fünf Jungs auf 26 Mädchen. Das war nicht schlecht. Das ist ein Traum. Das war ein gutes Gymnasium. So war das in Jugos, also beziehungsweise dann in Serbien sehr ähnlich, weil durch den Krieg sehr viele Männer gestorben sind und es war immer zwischenzeitlich so, dass auf sieben Frauen ein Mann kam, also da haben viele von Paradies gesprochen und die Balkan, Frauen vom Balkan sehen auch sehr, sehr gut aus, also da musste man sein in den 90ern und 2000ern. Was das betrifft, alles andere ist natürlich eher nicht von Vorteil. Und aber genau das, also aus der Schule raus, Projekt kurzfristiger, ist es besser oder schlechter? Also als die Deutsche, ich mache jetzt, also weil ich habe manchmal das Gefühl, es bewegt sich mehr, muss ich schon sagen. Das stimmt. Effizienter, glaube ich. Was absurd ist, war ja eigentlich die Effizienz, wir Deutsche, also wir sind ja eigentlich die Effizientesten da draußen, die Belastbarsten und die, also ich merkte schon, dass Leute im Umfeld wirklich hoch interessiert sind an Deutschen für ihre Firmen, weil völlig klar ist, dass wir pünktlich kommen, dass wir uns drum kümmern, dass wir verantwortungsvoll, accountable Projekte übernehmen. Und also, dabei ist es ja andersrum. Also wir haben ja gerade eben, also weißt du so, ist das dein Ergebnis? Ja, also ich glaube, es hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube schon, dass immer, wenn ich irgendwie, ich habe oft dann so verrückte Ideen und schreibe dann allen meinen Freunden, das müssen wir machen, am besten in den nächsten 24 Stunden. Und es ist schon so, dass meine Freunde aus Amerika dann alle so, ja man, und dann so am nächsten Tag mit so einer Checkliste kommen, wie man das umsetzen kann. Und die Deutschen erst mal so, ja, ich muss jetzt erst mal, ne, das ist jetzt sehr geschärft, aber es stimmt schon, muss ich sagen. Dafür allerdings, was ich halt finde, was in Amerika gar nicht geht, ist diese komplette soziale Unsicherheit. Wenn du einmal deinen Job verlierst und krank wirst und musst zwei Wochen ins Krankenhaus, ist dein Leben einfach vorbei quasi. Es ist so schwer, sich da wieder rauszuholen. Und das ist wirklich nicht, also als Anekdote, meine Freunde in New York sind viele Künstler, Musiker, die alle keine Krankenversicherung haben. Und da hat sich rumgesprochen, dass man die hasidischen Juden anrufen muss, wenn irgendwas passiert, wenn du einen Krankenwagen brauchst, weil die per Religion dazu verpflichtet sind, dich umsonst ins Krankenhaus zu fahren und zu versorgen, weil du sonst am nächsten Tag eine Rechnung von 60.000 Dollar bekommst und das kann sich keiner leisten. Und das finde ich schon sehr, sehr schwierig für eine Gesellschaft, vor allem für Leute, die dann halt mal Pech haben oder krank werden, wie gesagt. Das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ey, ich meine, Kinder kriegen, ne, also eine Geburt ohne Komplikation kostet 23.000 Dollar in Amerika. Ich meine, dass das daran gekoppelt ist, dass man das da hat. Wir hatten das Glück, beim dritten Kind waren wir noch hier in Deutschland versichert, sind jetzt längst rausgefrogen daraus, weil das natürlich nicht. Aber wenn da auch nur irgendwas ein bisschen schief geht, bist du 80.000 Dollar los und dann, also das kann ja nicht der Start in sowas sein. Also es ist ja tatsächlich, ja, hundertprozentig einfach nicht geil. Wie lebt ihr, du bist noch in Williamsburg oder in Brooklyn? Ich bin genau in Brooklyn, ja. Ja, also in Williamsburg, Greenpoint sind wir. Das ist so an der Grenze zu Williamsburg und da sind wir noch genau. Es ist nach wie vor das, ein Freund von mir ist da im Dumbo-Haus ganz viel dann und im Olympia, wie das da heißt, Osaka hat da gerade eine Wohnung gekauft. Es entwickelt sich, ne? Es ist so der neue Super-Hotspot. Es entwickelt sich, mein Freund, der Musiker ist, der jammert jeden Tag rum, ah, diese ganzen Touristen, also der klassische New Yorker-Boof, die ganzen Touristen hier, aber er genießt es schon, dass wir halt um die Ecke zu einem schönen Café können und dass der Buchladen direkt unter unserer Wohnung ist, das genießt er schon. Aber die ganzen Touristen hier und so, das ist, das glaubt, damit muss man leben. Es hat sich viel getan. Ich finde, New York ist einfach, es bringt mich immer so zum Lachen. Ich kann darüber lachen, weil ich hier in Darmstadt meine Oase habe und dann die paar Monate, die ich dort verbringe, kann ich mit einem Lächeln über mich ergehen lassen. Ich weiß nur so Sachen wie zum Beispiel der L-Train, der Brooklyn mit Manhattan verbindet, der sollte für acht Monate neu gebaut werden, weil der schon sehr alt ist. Und also die ganzen Stationen. Und dann sind alle Real Estate-Preise von allen Wohnungen in Brooklyn erstmal um 60 Prozent eingebrochen. Und zwei Wochen später kam dann vom New York Bürgermeister, machen wir doch nicht. Und die, also wer in diesen zwei Wochen was gekauft hat, der schätzt sich jetzt glücklich. Aber so Sachen, die kann man, glaube ich, aus seiner Oase in Darmstadt dann mit einem Lächeln betrachten. Für die Leute, die da ständig wohnen, ist das manchmal ein bisschen schwieriger. Das heißt aber trotzdem, du bist da immer noch zu Besuch. Also du nimmst dir auch so ein bisschen so dieses, eigentlich bin ich in Darmstadt, eigentlich bin ich in der kleinen Vorortsstadt, die den schlechtesten Ruf, glaube ich, Deutschlands hat, würde man so sagen. Also Darmstadt ist wirklich per se jetzt nicht ein cooler Ort zum Leben, muss man sagen. Also so, wenn du, eröffnungsmäßig, ich finde, aber ich bin Fan von Darmstadt, ich bin oft in Darmstadt, ich finde auch die Lilien einen richtig geilen Fußballverein. Also ich finde die Real Estate-Stadion ist auch ganz geil und der Vibe ist dort eigentlich total cool so. Also es ist ja tatsächlich super viel Maschinenbau oder was, was die große Fach… Ja, Maschinenbau ist hier, genau. Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau. Und das ist ja die Zukunft. Also muss man ja auch mal so sagen, das ist mit großem Abstand die schlauesten, aller schlauesten. Aber Darmstadt ist ja tatsächlich cool. Wirst du hier vielleicht Bürgermeister? Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich werde nicht in die Politik gehen. Das kann ich ziemlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich nicht in die Politik gehen werde. Ich liebe es hier. Ich glaube, es ist dieser Unterschied oder ich glaube vielleicht der klassische Unterschied, wenn Leute irgendwo aufwachsen und ihre Freunde hier haben und ihre Familie hier haben. Und so Darmstadt ist die beste Stadt. Ich verstehe nicht, was du hieran nicht gut finden könntest. Aber ich muss schon sagen, ich genieße es. Ich bin ja auch jemand, der gerne in die große, weite Welt geht und Neues erlebt und Neues kennenlernt und vor allem neue Menschen kennenlernt. Und deswegen ist es so wichtig für mich, dass ich beides habe, dass ich dann, und ich mache dann auch, wenn ich hier in Darmstadt bin, viel Natur, viel Zuhause, viel Kochen. Und dann, wenn ich in New York bin, dann ist da mein ganzes Kultur, Sozialleben, Restaurants. Und dann komme ich zurück und meine Batterien, dann komme ich wie so ein geschlagener Hund zurück nach Darmstadt und versuche meine Batterien wieder aufzuladen. Wie ist denn, also reisetechnisch, musstest du ja wahrscheinlich dem Tourkalender das schon anpassen. Genau. Gibt es jetzt was, wo du sofort sagst, da wollte ich schon immer hin, konnte eigentlich bisher nicht hin. Hast du irgendwas vor in den nächsten zwölf Monaten, was du sonst nicht hättest machen können? Also Südamerika und Afrika haben wir Frauen keine Turniere, da sind ein paar Turniere für Männer, genau, für Frauen gar nicht. Und ich war, in der Jugend hatten wir ein paar Turniere in Mexiko und eins in Venezuela, da war ich da mal, aber sonst nicht und das würde ich sehr gerne machen. Aber ansonsten, glaube ich, war es das, sonst habe ich alles gesehen, sonst sind wir fast überall auf der Welt gewesen. Hast du mal Länderpunkte gezählt? Weißt du, wie viele Länderpunkte? Also Länderpunkte heißt, wenn man einmal übernachtet hat in einem Land, nicht am Flughafen. Okay, also bei meinen Freunden sind Länderpunkte, wenn du mit jemandem, okay gut, das muss ich nicht erklären. Deswegen, okay, Paul, im Podcast über Länderpunkte sprechen, alles klar. Ach nee, das habe ich noch nie bezeichnet. Hast du deine mal gezählt? Ja, ich bin mal 98. Deswegen, ich bin kurz vor der 100 und überlege die ganze Zeit, Marten, Materia, mein guter Kumpel, sagt, dass ich eigentlich, wo der Papst wohnt, wie ist der Fachbegriff des Landes? Also heißt das Vatikan als Land? Die Vatikan-Staat. Ich dachte, das ist jetzt so eine, ja, deswegen, ich habe gerade gestolpert, ob es der Vatikan oder die Vatikan-Staat-Situation, egal, da bin ich zu dumm zu, aber Vatikan ist ein guter Hunderter. Ja, der ist sehr gut. Und da gibt es auch nur einen Ort, wo man da pennen kann sozusagen und 99 weiß ich aber noch nicht. Also ich müsste, ich habe, aber ich will es eigentlich dieses Jahr noch machen, müsste ich jetzt mal so irgendwann rangehen. Und wo sind die Lücken, würdest du sagen, vom Kontinent gesprochen? Hast du da Asien viel? Asien, relativ viel, weil ich da nicht so, ich bin nicht so der Asien-Fan. Also per se, ich fühle mich, ich bin ein Schwitzer, wie du ja schon mitkriegst. Ich muss sagen dir, ich habe es sofort gewusst, noch bevor du gesagt hast, ich wusste sofort, die Feuchtigkeit da in der Luft ist echt absurd. Und das war auch mit das einzige Mal, dass ich, also jetzt am Ende war es mehr, weil ich dann noch älter war, aber in meinen 20ern war eine Sache, die mich ausgezeichnet hat, meine Fitness. Und ich bin einmal wirklich gegen eine metaphorische Wand gelaufen, fitnessmäßig. Und das war in Guangzhou in China, es war 90 Grad Luftfeuchtigkeit. Im Spiel? Also wirklich so, dass ich nach einem Satz, ich habe noch gespielt, ich habe auch das Match zu Ende gespielt, aber dass ich eigentlich nicht mehr konnte und kurz vor dem Krämpfen war und so. Und das hatte ich nur einmal und das war dort und die Luftfeuchtigkeit ist, das kann man auch niemandem beschreiben. Ich musste viermal Schuhe wechseln, weil meine Schuhe durchnässt waren und wenn ich einen Schritt gemacht habe, einfach Pfützen auf dem Platz zurückgeblieben sind und die Ballkinder dann immer rüberrennen mussten, um mit dem Handtuch diese Pfützen wegzumachen. Also es ist wirklich absurd, deswegen habe ich es mir schon gedacht, als du es gesagt hast. Ich bin kein Fan davon und ich bin auch, aber ich war noch nie auf Bali zum Beispiel. Alle Leute feiern ja Bali immer total ab. Da war ich auch noch nie. Und das würde ich mir gerne nochmal angucken. Ich war schon so an Einzel... Ich glaube am prägendsten war immer das, also ich finde Israel faszinierend, aber ich habe mit Viva con Agua so drei, vier Projektreisen auch gemacht, nach Uganda, nach Botswana. Und also das war schon für den Kopf sehr beeindruckend, mal so zwei Wochen Projektreise. Das verändert einen, also so da, das erdet einen auch. Also mich zumindest hat das sehr, sehr, sehr geprägt, die Reisen, die dann da waren. Aber es war schon so, also mein Vater war Arzt, meine Mutter war Rechtsanwältin und beide hatten so als größtes Ziel, so viel wie möglich zu reisen. Also das internationale Reisen hat mich schon als Kind sehr geprägt und habe ich auch weitergenommen dann als Fotograf, dass ich wirklich klar gesagt habe, naja guck mal, ich, also ich habe immer Kür und Pflicht gemacht in meinem Leben. Ich habe in der Pflicht Aldi fotografiert, Matsch und Buddelhosen und... Und dann das Geld genommen. Genau, und habe das dann in Reisen gestellt und habe dann da was für die Seele gemacht sozusagen und das mache ich bis heute noch so. Also ich mache immer, und da bin ich glaube ich auch sehr deutsch, weil ich schon, ich tue immer so, als ob ich der Lotter Lebermann, aber ich habe schon immer eine Sache, mit der ich meine Miete bezahlen kann. Ja, so kaufmännischer Instinkt, ne, das habe ich auch, muss ich sagen. Weil das habe ich jetzt, also in den letzten 15 Jahren auch nicht mehr, dass ich so richtig Schiss habe, dass gar nichts mehr geht. Also so ein bisschen Fallback brauche ich schon, um dann umso bescheuerter in den verrückten Sachen zu sein quasi. Und, ähm, aber, und das muss ich schon auch sagen, also so, ich habe, und das haben wir jetzt auch schon wieder, zehn Tage halt, weil wir so super viele Gespräche mit alten Freunden auch und so weiter geführt haben, wie egal mir generational wealth ist. Also so, weil das ja immer wieder eine Rolle spielt bei den Amerikanern, dass die unbedingt Geld… Was vererben wollen. Ja, die wollen unbedingt vererben und ich das null, also null mein Ziel. Ich will alles ausgeben. Ich will mit meiner Frau das letzte Wochenende im Summa Champagner trinken, bevor wir sterben. Und dann ist auch alles geil. Das fände ich viel, viel wichtiger. Also das ist ja so, so für die eigene, also für die Kinder auch. Und ich will auch nicht, aber auch das habe ich immer mal wieder diskutiert, so dieses Best Friends mit seinen Eltern sein und wie viel Distanz lässt man denn dazu und wie viel andersrum ist das? Und das merke ich schon, dass wir da, glaube ich, teilweise einen anderen Weg gehen, aber trotzdem die Abwechslung, solange die da ist und solange irgendwie klar ist, das Vertrauen in die Grundlegende, wir machen hier richtig, ich meine, wir wohnen in L.A., das ist jetzt ja auch nicht… Wie seid ihr dort gelandet? Vor sechs Jahren sind wir da hingezogen. Warum? Ich hatte nach Rio, also One Night in Rio war dieses Fußballbuch, was hier nicht liegt, aber sonst in vielen deutschen Haus. Warum wohl nicht? Und ich habe dann relativ schnell, ganz ehrlich, ganz offen, und das ist kein Kokettieren, das klingt immer so wie Kokettieren, ich bin wirklich kein besonders talentierter Mensch. Okay. Ich bin ein sehr kompetitiver Mensch. Also ich will gewinnen. Ich will, und das habe ich auch schon, beim Tennis war das bei mir so, ich meine, wir haben mal gespielt. Gespielt. Und ich glaube, also zumindest hast du so getan, als wärst du beeindruckt von dem einen Vorhandschlag, aber die 47 anderen sind ja richtig schlecht. Also, aber ich habe den einen guten, habe ich. Also so dementsprechend, das hat auch auf meine Fotografie oder auf das, was ich so, Medienerstellung oder was auch immer, voll, also mir war total klar, dass ich halt kein Künstler bin, dass ich nicht wirklich ein Talent habe, sondern dass ich ein zielstrebiger Mensch bin. Und ich will gewinnen auch. Also so, ich will was erreichen. Und irgendwann saß ich so da, so ein Jahr nach Rio und mir war so klar, okay, in der Musik, ich habe mit Materie ja von 0 bis 30.000 Leute das mitgearbeitet. Ich habe mit den Toten Hosen gearbeitet. Klar, jetzt gibt es noch Rammstein oder die Ärzte oder Gründemeyer oder Helene Fischer oder was auch immer. Mit denen habe ich jetzt nichts gemacht. Aber es dann auch das Gleiche in Grün so blöd klingt. Dann habe ich im Sport, also sorry, in Deutschland gab es nichts Größeres als 2014, wo die gewonnen haben. Die Nationalen, ja klar. Die habe ich betreut und fotografiert. Und ich habe richtig gemerkt, wie schlecht auch meine Arbeit wurde, ohne dieses, ohne den Drang zu gewinnen. Ja. Das traf auf einen Moment, wo wir als Familie, also es war eine sehr private Entscheidung, meine Frau war in Australien, als sie 14 war, die drei Jahre in Australien gelebt, dann nochmal mit 21. Und für sie, ihr Wunsch war, dass unsere Kinder auch mal eine andere Sprache, auch ein Cut. Also wann bist du hierher gekommen? Ja, mit sechs Monaten schon, als ich war noch ein Baby, ja. Aber ich glaube, so ein außergewöhnlicher Weg ist gar nicht so schlecht für Kinder. Also ist ja jetzt auch nicht planbar, aber wir waren schon, wurde so langsam oder sicher ein bisschen spießig in Hamburg so. Also vor Ort und dann gucken wir mal und was auch immer. Deswegen haben wir relativ bewusst gesagt, wir wollen einmal zwei Jahre am Strand leben. Ah ja, okay. Und dann bin ich zum Anwalt gegangen und habe gefragt, geht es in Australien oder in Amerika? Und dann war Australien super schwierig und in Amerika relativ easy. Und dann sind wir eigentlich nur für zwei Jahre rüber und sind jetzt seit sechs Jahren da, weil halt irgendwie Formel 1 passiert ist und die dann so. Also es passieren ja dann manchmal Sachen, die nicht planbar waren. Aber was lustig ist, dass Kalifornien sehr ähnlich zu Australien ist. Ja, ne? Ja, total. Finde ich nämlich auch. Also es sind vielleicht die ähnlichsten, also dass da ein ganzer Ozean dazwischen ist, kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man mal in beiden Ländern war. Surferkultur und also so und Newport Beach, ich muss dich da echt mal irgendwann hin prügeln. Aber das ist ja schon sehr wie Byron Bay so ein bisschen. Also wenn man das so will, es ist tatsächlich einfach irgendwie lustige Leute, die barfuß durch die Gegend laufen und irgendwie, ja, einen anderen Vibe. Ein schönes Wort, aber es ist ja tatsächlich so. Wir sind ja total glücklich und wir, also wo da die Reise hingeht, keine Ahnung, wie lange es noch da ist. Du planst ja nicht. Ja. Ich würde auch bereit sein nach Heidelberg. Nach Darmstadt oder nach Darmstadt? Nach Darmstadt, ja, vielleicht auch. Aber dann treffen wir uns zum, spielst du jetzt noch weiter Tennis? Also oder hast du? Momentan kann ich, ich hatte am Samstag, hatte ich meine Charity, wir machen immer so ein Pro-M-Turnier und helfen dann krebskranken Kindern. Das ist immer ein super schönes Event und ich konnte gerade so spielen. Ich habe mit Tränen in den Augen, mein Ellenbogen ist echt nicht gut. Ich habe jetzt auch keine Schmerztabletten mehr genommen. Also solange das nicht besser wird, muss ich wirklich pausieren, aber dann würde ich schon gerne mal wieder spielen. Also das ist nicht so, dass ich, ich mache ja auch immer noch, ich muss ja auch abtrainieren, also ich trainiere immer noch jeden Tag und mache meine Übungen und versuche meinen Puls hochzukriegen und Tennis ist einfach am einfachsten, um ein gutes Workout reinzukriegen. Also bevor ich mich da auf YouTube ein mit irgendwelchen Hit, mit irgendwelchen Hit-Dingern ein abstrample und so vor mich hin hechle beim 500. Jumping Jack, gehe ich ein Stündchen Tennis spielen und habe das gleiche Workout auch drin. Tennis wird ja gerade wirklich wieder cool. Also es ist krass, was für ein Hype das ist. Das wollte ich nicht sagen. Serena, Roger. Und oh, ich habe die Geschichte gehört, wie du, das Timing-mäßig, das musst du mir jetzt noch einmal sauber erzählen. Du hast mit dir gerungen quasi, also ich habe es zum ersten Mal, ich folge dir intensiv auf Instagram und muss sagen, dass du wirklich ein geiles Instagram-Game hast, weil wenn du was postest, ist es echt immer sehr lustig. Ich poste sehr selten, ich weiß, ich habe versucht, ich hatte so einen kurzen Energieschub, als ich aufgehört habe, habe ich so in einer Woche dreimal gepostet. Meine Freunde schon so, wow, was ist mit dir? Aber jetzt auch leider wieder seit zehn Tagen nichts mehr. Aber ich bemühe mich, besser zu werden. Ich bemühe mich. Du hast eine lustige Draufsicht auf die Dinge und so. Dann siehst du ja so ein, zwei Sachen und dann, also in meiner Wahrnehmung war das das erste One Last Dance und dann habe ich sofort angefangen, überall zu googeln und habe nichts gefunden. Das war ja wirklich, war es der erste Moment, wo du irgendwie darüber gesprochen hast, öffentlich? Ja. War aber ein bisschen spät, ne? Ja, also es war so, ich habe in Hamburg dieses Jahr, das war im Juli, habe ich sehr gut gespielt, habe zwei Matches gewonnen, war im Viertelfinale gegen die Nummer eins der Setzliste und habe mich im dritten Spiel verletzt und musste aufgeben. Und da fing es eigentlich an. Ich habe schon das ganze Jahr über gedacht, das wird mein letztes Jahr, aber ich wusste nicht genau, wann der Absprung sein sollte. Und als ich dann gemerkt habe, sobald ich mehr als zwei Matches spiele, wird es kritisch, da fing es dann an, so der Gedanke klarer zu werden, dass es wahrscheinlich die US Open sind und habe es dann drei Wochen vorher fest entschlossen für mich. Ich habe gesagt, okay, ich kann das nicht mehr, mein Körper macht nicht mehr mit, ich spiele diese drei Turniere noch voll, ich haue mir die Schmerztabletten rein, egal was nötig ist, spritzen, gebe alles nochmal rein, trainiere so gut ich kann, lege alles nochmal rein und dann ist Schluss. Und dann habe ich mit mir gerungen, wie mache ich es, annonziere ich es, sage ich danach, hey Leute, übrigens, bye. Aber hast du irgendwie, also hast du mit deinem Freund darüber, also hast du das einmal ausgesprochen, weil es einer ist ja, dass es im Kopf drin ist, aber hast du mit deinem Trainer geredet? Mit meinem Trainer, genau. Also ich hatte mit meinem Team das schon so ein bisschen, ich hatte denen dann so gesagt, hey, ich würde mir an eurer Stelle schon mal einen neuen Job suchen und ich muss ja auch fair sein, die sind ja auch von mir abhängig, sind ja meine Angestellten und dann hatte ich denen, das war danach, Hamburg habe ich denen schon gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, aber ich bin nicht sauer, wenn ihr euch schon mal nach anderen Spielern oder Spielerinnen umguckt. So habe ich denen schon wie so eine Art Green Card gegeben, damit die sich, weil das ist ja auch nicht so leicht, dann sofort was zu finden, damit die auf jeden Fall ein paar Monate haben. Und ich habe denen gesagt, bis US Open spiele ich auf jeden Fall, da brauche ich euch noch, aber ich bin nicht sauer, wenn ihr euch schon mal umguckt, so mehr oder weniger. Und dann so vier Wochen vor den US Open habe ich denen gesagt, okay, US Open wird mein letztes Match. Das heißt, die wussten das. Und dann habe ich so ein paar Leute, die mich beraten. Das hat weniger mit Unternehmensberatung und mehr mit Persönlichkeitsberatung zu tun. Und mit denen hatte ich das besprochen und ich hatte denen gesagt, ich würde es am liebsten niemandem sagen und dann hinterher so sagen, hey Leute, übrigens war mein letztes Match. Und dann haben die zu Recht auch gesagt, das ist nicht richtig fair meinen Fans gegenüber. Und wenn es nur ein Fan ist, der da draußen ist, der es vielleicht auf sich nehmen wollen würde, das letzte Match von mir zu sehen, für den sollte ich es wenigstens so andeuten. Und dann habe ich darüber nachgedacht eine Woche und habe gesagt, okay, morgen mache ich es. Gehe schlafen, wache auf, 2000 Eilmeldungen auf meinem Handy, Serena Williams tritt zurück, US Open letztes Turnier. Also original der gleiche Tag, das gleiche Datum für den Rücktritt, sie natürlich im Vogue Magazine. Ich halt noch nicht. Ich habe es besagt. Und deswegen habe ich es nicht so ganz offiziell, hey Leute, übrigens, sondern habe es dann so ein bisschen subtiler gemacht. Und dann bei meinem ersten Pressetermin vor den US Open habe ich gesagt, das wird mein letztes Turnier sein. Es war auch gut, weil mein Match war voll, also die Tribünen waren voll, es war wie in Darmstadt spielen oder so. Es war komplett Petko-Petko-Rufe, was jetzt auch nicht so, ja, ja, es war total krass. Also da hatte ich, ich hatte es unterschätzt, wie viele Leute, wie vielen Leuten meine Karriere dann doch was bedeutet hat, zumindest insofern, dass sie dieses eine Match noch sehen wollten und mich echt noch fast zum Sieg gebrüllt hätten. Und das war dann super schön und es war total lustig, weil danach mein ganzes Team, die Armen, die haben alles in sich gehalten. Ich habe so die ganze Trauer und Wut in den drei Wochen vorher verarbeitet. Ich habe echt in jedem Match, in jedem Training geheult. Es war echt schwer, weil wenn ich gut gespielt habe, habe ich geheult, weil ich dachte, eigentlich will ich noch weiterspielen. Dann habe ich am nächsten Tag schlecht gespielt. Dann habe ich geheult, was wenn ich so schlecht spiele in meinem letzten Match, das wird total scheiße. Und so ging das hin und her und die haben sich alle so zurückgehalten. Und dann war es vorbei und mein Team war so fertig, die lagen alle in der Ecke, haben geheult. Und ich war so glücklich. Ich hatte ja die ganze Trauerarbeit vorher irgendwie schon prozessiert und war dann nur noch erleichtert. Und meine Freunde, die Armen, die das halt alles miterlebt hatten und irgendwie so das Gesicht bewahrt haben, die waren dann echt fertig und ich musste die dann trösten. Ich bin mit so Champagner durch die Gegend gelaufen und habe mich gefeiert und die Armen waren fertig mit der Welt. Aber es ist doch eine großartige Geschichte, wie das dann so zu Ende. Für mich war es, besser ging es nicht wirklich, weil es war auch gut für mich, dass die Aufmerksamkeit, es wäre bei mir niemals so gewesen wie bei Serena, aber wenn ich die Einzige bin, dann kommen die deutschen Journalisten dann doch und wollen auch mal hier ein Exklusiv-Interview und hier. Und so konnte ich mich wirklich nur auf mein Match konzentrieren, konnte auch diesen Prozess des Trauerns irgendwie für mich machen und ich weiß wirklich nicht, wie Serena das gemacht hat. Ich habe so einen Heidenrespekt, weil es war ja überall an jeder Bushaltestelle, in jeder Metro war ihr Bild. Ganz Amerika. Wir support you Serena, ganz Amerika, wir support you Serena, jedes Billboard, dann war jeden Tag Queen Latifah hat dann das eingesprochen, wenn sie auf den Platz kam und so und irgendwann war ich dann schon so, Amerika, calm your horses, das ist zu viel, die Arme. Und ich meine, und die hat ja wirklich, also wenn nicht sie, wer dann kann mit mentalem Stress und Druck unter umgehen, aber das war sogar, glaube ich, für sie zu viel und ich weiß nicht, wie sie diese zwei Matches noch gewonnen hat, aber dann gegen unsere Freundin Ayla, meine Doppelpartnerin, du hast uns spielen sehen, die wirklich sehr schön ist. Da habe ich ganz schön viel Petko, Petko geschrieben. Ja, das stimmt, das war super. Schäme ich mich aber auch noch ein bisschen für, weil ich da den Schiedsrichter so angepöbeld habe. Nein, das war super. Ja klar, wir haben den Schiedsrichter, wir wissen, wo dein Auto steht. Es war aber auch eine Unverschämtheit, die haben mich, verpfiffen darf man ja da nicht sagen, aber es war, also, und Ayla braucht auch ein bisschen Support. Die braucht ein bisschen Support und, ja, das ist meine Doppelpartnerin, sie ist wirklich sehr schön und sie hat dann am Ende Serena Williams Karriere beendet, wie das so manchmal so ist. Hat das aber ziemlich, also, warst du da bei dem Spiel? Ich war nicht bei dem, ich war noch in Amerika, aber ich war nicht mehr bei dem Spiel dann live da. Es war schon eins, also es war schon auch ein krasses Spiel, ne? Ja. Also so, wie die sich das gegeben haben und wie, also so für den Sport, des Tennis, also als Sportereignis war das absolut krass, das komplett zu schauen und so. Ja, das war ja auch, das hast du ja auch beim Tennis nicht so oft, aber da war ja so ganz Saturday Night Live war da, der komplette Cast, halb Hollywood, Drake und Rihanna gefühlt, also jetzt nicht die, aber so ungefähr von Hip-Hop über Pop, über Models, dann war ja noch New York Fashion Week, also es war wirklich ganz Vogue, SNL und Hollywood saßen da in den Rängen und haben Serena angebrüllt. Das war schon krass, aber für sie, weil ich weiß, wie ich das, wie das schon eine Bürde für mich war, wenn es mal nicht lief und dann auf dem Platz, und es war natürlich ein viel kleinerer Platz, dann die Petko-Petko-Rufe, das kann auch manchmal ein bisschen erdrückend wirken, weil ich so dachte, oh Gott, was, wenn es mein letztes Match ist, ich muss jetzt. Und es war ja bei Serena mit mal fünf Millionen multipliziert und also ich weiß nicht, wie sie sich von dem Ganzen erholt hat, das war schon sehr viel. Hat aber Eila auch geil gemacht danach, dann das Interview und so weiter, also wie sie so, das ist ja auch eine Aufgabe, also so, wie geht man damit jetzt um, dass man da jetzt so eine Legende in die Rente zu schicken und dann. Das wäre meine einzige Kritik, das fand ich dann, also da Serena nicht genug ihr, also sie hat so einmal kurz gesagt, ja, hat gut gespielt und so, aber da hätte man schon einmal sagen können, das war schon ein ganz gutes Spiel hier und das hat sie schon, also die hat ja wirklich ihr bestes Tennis, glaube ich, rausgepackt dafür. und Serena wollte das, also es war jetzt nicht so, dass sie sagt, jetzt kommen wir nach Hause, sondern das war ja wirklich ein abartiger Kampf und aber trotzdem hat die es geil gemacht und im Interview danach dann so ganz respektvoll, also kein Wort über sich, sondern nur über Serena und dass, ja, dass ihr das auch jetzt keinen Spaß macht und dass das so andersrum ist, ist auch echt, glaube ich, eine schwierige Aufgabe gewesen. Das auf jeden Fall, aber die ist auch einfach, die ist eine gute Olle. Die ist eine gute Olle, muss man einfach sagen. Australierin auch, wieder? Ja, genau, also kroatische Wurzeln, aber spielt für Australien, genau. Und die hat, und ihre Box sah auch cooler aus als die von Serena, wenn ich das mal sagen darf. Ja, die hatte, sie war ja mit einem Italiener liiert und hat dadurch noch so italienische Trainer und Fitnesstrainer und ihr Papa war da und ihre Cousine und so und die waren da alle ganz schön fit vorne dabei. Voll und die haben abgefeiert und so. Irgendwann will ich auch mal in so eine Box einmal, das muss ja, wie viel kommunizierst du da noch, oder hast du kommuniziert mit, also kriegt man das mit, also so wie, ich habe jetzt nur ein wirkliches bewusstes Doppelspiel von dir gesehen, da habe ich ja schon das Gefühl gehabt, dass da ja ganz schön viel Kommunikation nach draußen auch ist, untereinander intern auch mit, also ihr kriegt ja wirklich super viel mit. Ja, beim Doppel ist es ein bisschen entspannter, beim Doppel ist es ein bisschen entspannter, beim Einzel weniger, aber man kriegt schon viel mit, es gibt verschiedene, die Spieler sind wirklich unterschiedlich und Spielerinnen, du hast diejenigen, die beim Return stehen und da siehst du die Augen wandern, die gucken, wer ist oben auf der Leinwand und wer sitzt hierher, das hast du. Und dann hast du die, die nur Scheuklappen aufhaben und nichts sehen, nichts links und rechts sehen. Da gibt es so ein paar gute Videos, wenn dann so Leute, vor allem in Amerika, die dann so tanzen und dann kommt die Kiss Cam und dann knuschen die sich das ganze Stadion und lacht und Maria Sharapova, die war so eine Eisprinzessin, die war so krass fokussiert, die hatte das echt wie keine andere und egal was war, die hat immer so nur nach vorne gestarrt und es konnte sie wirklich gar nichts ablenken. Serena auch, Serena ist auch immer sehr fokussiert, die kriegt nicht so viel drumherum mit, aber jetzt in diesem Jahr wurde ja Coaching auch erlaubt von der Seite, das heißt unsere Trainer dürfen uns auch coachen und wenn ich ehrlich bin, davon kriegt man nicht viel mit, da kriegt man mal ein, zwei Sätze mit, aber wenn das ganze Stadion so brüllt, dann hörst du nicht deinen Trainer raus und so, spiel mal höher auf die Vorhand, das kriegst du da nicht mit, wenn man ehrlich ist. Top-Sprin-Rückern. Du musst dann hingucken, der macht dann irgendwelche Gesten und dann hoffst du, du verstehst die und interpretierst die nicht falsch. Ja gut, aber es ist ja eh einfach, es ist ja ein Einzelsport und dementsprechend bist du ja eh auf dich selbst eingestellt. Aber das finde ich auch zum Beispiel, das habe ich heute erst drüber nachgedacht mit diesem Einzelsport, ich glaube, dass deswegen diese Rücktritte auch so prägnant sind bei Serena und jetzt auch bei Roger Federer ähnlich, weil im Mannschaftssport wird ja dann doch schnell diese Lücke gefüllt, auch wenn vielleicht die Persönlichkeit weg ist, ist ja dann doch am Ende neuer Linksverteidiger, der schon bereitsteht oder so und im Tennis, im Einzelsport, wenn so eine Serena Williams oder ein Roger Federer zurücktritt, dann ist da echt ein Vakuum erstmal, bis dann die nächste Generation die neue Narrative geschrieben hat, aber das dauert ja, Roger und Serena sind ja nicht nur so gut wegen ihrer Erfolge, klar, aber auch weil sie diese Arc, wie die Amis sagen, weil sie ein gewisses Narrativ erzählt haben mit ihrer langen Karriere und das muss man der jungen Generation auch erstmal die Zeit geben, dass sie die dann auch schreiben können. Ist denn, also hat sich Steffi gemeldet bei dir? Nee, Steffi Graf, meinst du nicht? Weiß ich nicht, ich erinnere mich nicht an ihren Rücktritt, weißt du das? Ich erinnere mich auch nicht mehr, ich glaube bei ihr war es auch durch Verletzung, ich habe gestern bei meiner Charity war Anke Huber auch da, die habe ich getroffen und sie habe ich dann ausgefragt und sie hat mit 28 schon aufgehört, es war ja damals auch ganz anders und sie ist bei dem Porsche Cup in Stuttgart, ist ein großes Turnier, genau, das war früher in Filderstadt, jetzt ist es in Stuttgart, da ist sie die Managerin des Turniers sozusagen und macht viel Charity-Arbeit und hat zwei Kinder und glaube ich, er freut sich ihres Lebens. War das deine Zeit, oder? Anke Huber, Milchschnitte, Sport, leichtes Stretching. Und sie hat Milchschnitte gehasst, hat sie mir gesagt, sie hat immer alles rausgespuckt bei den ganzen Werben. Das haben mir auch schon Leute erzählt, dass sie noch nie, so viel zum Thema authentisches Storytap, toller Partner. Tolle Werbe, ja, immer schön erstmal alles rausgespuckt. Aber der, ja, also Anke Huber ist voll meine Zeit, Barbara Rittner auch, ich war Balljunge beim HTC, wir haben Bundesliga gespielt damals und haben glaube ich regelmäßig gewonnen, weil irgendein Mäzen in Heidelberg da irgendwie Kohle reingeholt hat und irgendwelche Bundesliga-Spielerinnen halt dort rüber geholt hat. Aber war Anke Huber nicht auch mal mit Medvedev zusammen? Ja. Ja, André Medvedev mit dem Ersten und die haben immer bei uns trainiert. Ah, wirklich? Also wenn die dann am anderen Platz waren, das war schon beeindruckend. Also so als Zehnjähriger da zu stehen und die dann da zu sehen, das war schon, und Steffi hat auch mal in Heidelberg gewohnt, die hat da auch trainiert auch immer. Kommt ja auch aus Leim. Aber nee, aus Brühl. Boris kommt aus Leim. Was ich eine Unverschämtheit finde, weil Leimen ist fucking Heidelberg. Ja. Da fährt eine Bahn hin. Also nur weil Leim irgendwann gesagt hat, dass sie jetzt eine eigene Stadt sind. Ja, ja, genau. Und dann kommt auch noch der weltbeste Tennisspieler in der deutschen Geschichte daher. Aus Leim. Und alle sagen immer, Boris Becker aus Leim, der kommt aus Heidelberg. Schluss, Punkt, aus, fertig. Da gibt's, ich möchte, dass wir den Claim und dass wir Leim wieder eingemeinden, einfach nur wegen Boris Becker. Und hattest du auch so eine Boris-Becker-Beziehung? Oder wie hattest du nicht? Nee, ich hab den einmal fotografiert in meinem Leben. Der, naja, was für ein Jahrgang ist der wohl? Ich bin 81, also der ist, glaube ich, nochmal älter. Ja, der ist älter. Der hat 85 seinen ersten Wimbledon-Titel. Das ist schon. Das ist an mir vorbei. Aber natürlich Die-Hard-Fan. Ja. Und ja, ist der aktuell im Gefängnis? Der ist im Gefängnis, ja. Der ist, ah. Da hat mir seine Freundin, die war auch jetzt in London, in Wimbledon, habe ich sie getroffen, habe ich sie gefragt, wie geht's dem Boris? Und sie meinte, ja, ihm geht's gut, ihm geht's am besten von uns allen. Wir leiden alle mehr, als er so ungefähr. Und dann hat er wohl zu ihr gesagt, bei dem Gerichtsverfahren hat er zu ihr gesagt, auch schon als alles aussichtslos war, das Match ist erst zu Ende, wenn man den letzten Punkt gespielt hat. Und das fand ich so sensationell, dass er immer noch so sein Leben als Tennis-Match sieht. Dritter Satz jetzt hier gerade. Ich weiß nicht, ob das empfehlenswert ist, das müssen andere beurteilen, aber das fand ich irgendwie sympathisch, dass er das immer noch so als Tennis-Match empfindet, sein ganzes Leben. Weißt du, auch so ein hartes Gerichtsverfahren, er so, nee, bis zum letzten Punkt ist noch alles offen, ich habe noch die Chance, einen Surfenvolley rauszuhauen oder so. Ein guter Aufschlag. Ein guter Aufschlag, kann alles drehen im Tennis. Oh Gott. Aber von Steffi hört man wirklich gar nichts. Und nochmal darüber, das finde ich ja faszinierend, dass die wohnen in Vegas, glaube ich. Genau, aus Vegas, ja. Und ist einfach glücklich, auch mit Andrew Agassiz, muss man sich mal vorstellen, dass diese… Diese Beziehung, das würde man fast sagen, das ist so perfekt in der Tenniswelt, es muss ein PR-Gig sein. Total. Aber die sind jetzt auch schon seit 100 Jahren verheiratet, haben zwei Kids, der Kleine spielt wohl sehr gut Baseball, also der wird wohl auch Profi werden wollen. Und Fußball, glaube ich auch, oder? Genau, ja. Der ganz Kleine, glaube ich, spielt Fußball und der größere Baseball. Aber sie war ja auch schon immer, sie hatte keine Lust auf Medien, sie hatte keine Lust auf Tamtam, sie wollte einfach Tennis spielen. Und sie hat auch immer, was ich auch sehr cool finde, sie hat wohl immer morgens von sieben bis neun trainiert, damit sie den ganzen Tag noch für sich hatte und Sachen machen konnte. Und wenn mir jemand sagen würde, und ich habe auch gerne früh trainiert, aber früh ist für mich neun und nicht sieben, wenn jemand mir gesagt hätte, steh mal auf um sieben, damit du danach noch ins Museum kannst, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte, muss ich sagen. Aber deswegen hat Steffi auch so und so viele Grand Slams und ich habe null. Naja, da steht ja auch ein Pokal in der Ecke, also ganz so ist es ja nicht. Ein schöner Billo-Pokal. Aber komm, also du bist doch stolz auf deine Karriere, oder? Ja, absolut. Das ist doch ein unfassbarer Erfolg. Ja, jetzt im Nachhinein, also jetzt bin ich super happy, wie es gelaufen ist, objektiv gesehen weiß ich, dass ich eine erfolgreiche Karriere hatte. Für mich war es ein bisschen schwierig, ich habe das jetzt so ein bisschen auch witzig erzählt mit Serena, das war schon hart für mich, einfach weil du dann natürlich diesen direkten Vergleich zu einer Überfrau hast und ich dann alles, was ich erreicht hatte, mit ihr verglich und dann natürlich, egal was ich machte, war von keinem Interesse, währenddessen ein ganzes Land Kopf steht, weil jemand mit dem Sport aufhört, der für mich genauso wichtig war. Das war schon nicht so einfach in dem Moment für mich, das neutral zu betrachten und für mich eine erfolgreiche Karriere abzuhaken und nicht im Vergleich zu Serena natürlich mickrige Erfolge dann auch so zu empfinden, was ja überhaupt auch bis dahin gar nicht so war. Nur weil halt dieser direkte Vergleich zeitlich so war, war das dann für mich irgendwie eine neue Perspektive, die ich verarbeiten musste. Wie hast du das gemacht? Also wer hat dir da, sind das externe Faktoren oder warst du das selber? Ich musste da selber durch, also ich glaube es war, also wo es viel leichter wurde, als die US Open losging und ich gesehen habe, wie anstrengend das für sie ist, weil ich bin ja dann auch hinter den Kulissen und sie ist immer mit Kapuze nur hinten durch die Gegend gelaufen und abgeschirmt von zehn Leuten, weil halt jeder was von ihr wollte. Die hatte riesen Augenringe unter ihrem Gesicht und also man hat gesehen, die hat kaum geschlafen, es war einfach wahnsinnig anstrengend. Das hat mir schon geholfen, so zu denken, ey, es ist auch alles okay und dann, wenn dann so ein bisschen Zeit ins Land fließt und du dir Gedanken machst, wie alles gelaufen ist und mit welchen Voraussetzungen du was geschafft hast, dann war das dann relativ schnell auch okay. Ich habe mich damit sehr identifiziert, was du gemeint hast, als du meintest, dass du dich nicht als talentiert, aber als sehr zielstrebig empfunden hast. Das war bei mir auch immer, ich war jetzt keine filigrane Tennisspielerin, aber ich konnte mich sehr gut konzentrieren auf den Punkt, ich war mental tough, das wusste ich, das hatte ich und daraus habe ich das Beste gemacht. Ich habe meinen Körper wirklich zu einer Maschine abtrainiert, damit er immer mir zur Verfügung stand und habe dadurch vieles aufwiegen können, was mir vielleicht nicht von Natur aus wie einer Serena oder einem Roger in die Wiege gelegt worden war und deswegen konnte ich mich damit sehr gut identifizieren, was du gesagt hast und ich glaube, das unterschätzt man total, was so Zielstrebigkeit oder andersrum, wenn man sehr realistisch mit sich umgeht und weiß, was seine Stärken sind, wenn man die nutzt und ausbaut und sich darauf konzentriert, was das für einen Unterschied machen kann, wie erfolgreich man damit trotzdem werden kann. Oder siehst du das anders jetzt nicht? Doch, ja. Dein Gesicht sagt, du willst eine Erwiderung machen. Nee, mein Gesicht, also A sagt mein Gesicht, wie viel Glück hast du, was sagst du? Also wie, was hat Glück für eine Rolle in deinem Leben? Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin eher so ein, ich glaube, dass ich es auch schwierig, im Sport hast du nicht so Glück. Also du musst natürlich, okay, anders gesagt, wenn man vom Beginn meines Lebens an ausgeht, dann hatte ich natürlich Glück. Mein Vater ist Tennistrainer, das ist das allergrößte Glück. Deswegen habe ich von Anfang an immer Tennis gespielt. Während andere sich keine Trainer leisten konnten, ich auch nicht, hatte ich meinen Vater, der mir Tipps geben konnte, der mich trainieren konnte. Das ist schon mal ein Riesenglück. Dann, dass ich in Deutschland wohne, ich habe in meinem Buch auch ein Kapitel über ein Mädel, das genauso gut war wie ich, die in Montenegro aufgewachsen ist, die eben nicht diese Möglichkeiten hat. Also diese ganzen Standortfaktoren, dass wir hierher gekommen sind während des Krieges, dass mein Vater Tennistrainer war, hatte ich zu tausend Prozent ganz viel Glück. Ich glaube trotzdem, dass im Sport du dich immer noch durchsetzen kannst und musst aufgrund von Fähigkeiten. Deswegen finde ich auch Kunst im grobsten Sinne manchmal ziemlich unfair, weil nicht unbedingt der beste Musiker oder der beste Filmemacher ist auch der erfolgreichste und bekannteste Filmemacher. Da ist Sport ein Ticken fairer. Natürlich muss man Glück haben, aber es ist ein Ticken fairer. Für Einzelsportler ja, noch mehr als für Mannschaftssportler. Stimmt, wenn du einen scheiß Trainer hast oder so, der nichts in dir sieht und dich nicht aufstellt. Wobei du sofort negativ anfängst. Ich meine es eher positiv. Also du kommst ja, wenn du im richtigen Team mitschwimmst und halt die eine Position bei elf Spielern sind ja drei dabei, die jetzt nicht vielleicht das Allerbeste dort sind, aber die beste Kombination. Also die Kombination aus elf Spielern macht ja manchmal den Unterschied aus. Und ich finde schon auch beim Tennis wird es ja auch zwei, drei kleine Sachen, wo man jetzt im Nachhinein vielleicht auch wieder negativ intoniert, aber wenn da ein Ball andersrum gewesen wäre, dann kriegt es ja so Momentum. Und ich finde das immer faszinierend, wie Momentum shiftet beim Tennis. Und deswegen frage ich natürlich, also ich lege sie jetzt einmal hin. Du kannst ja entweder sagen, ich hatte absolut krass viel Glück, weil es erfolgreicher war, als mein Talent eigentlich mir mitgebracht hat. Oder du hattest nicht genug Glück, weil auf der Liste, die du da ja dann anscheinend doch in deinem Kopf nebeneinander legst zu Serena Williams, die Liste ein bisschen länger ist an Turniererfolgen bei ihr. Aber, und am Ende kommen wir natürlich zu Demut. Also, weil wie, aber du wirkst schon, also ich mag dich ja sehr und merke schon, dass du ja nicht unglücklich bist, so wie du durchs Leben gehst. Und dass du ja schon auch sehr dankbar bist für das, was du, glaube ich, erleben durftest und was da passiert ist. Und ich, also deswegen nehme ich dich eher so wahr, dass es natürlich, weil ganz viele Leute haben ja gar nicht erst die Chance, in diese Richtung zu kommen. Und das gehört ja eben. Und das ist, das beschäftigt mich schon sehr, sehr, sehr viel, weil manche erfolgreichen Leute zu sehr das berechtigt finden in meiner Wahrnehmung. Da reagiere ich ein bisschen aggressiv drauf, weil ich das nicht cool finde, wenn jemand sagt, das ist völlig zu Recht so, dass ich dafür jetzt eine Million Euro kriege. Nee, ist es nicht, bro. Also du hast das Glück, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Und natürlich kannst du dann auch was. Und auch ich empfinde das, dass ich auch irgendein Talent habe. Ich habe jetzt vielleicht nicht das Talent für Fotografieren oder für Gedanken, aber ich habe schon irgendein Talent, wenn es Mut ist oder was auch immer. Aber trotzdem muss ich echt aus vollem, vollem Herzen sagen, dass ich jetzt hier sitzen darf, dass ich gestern aus Ibiza hierher komme und wir irgendwie ein inspirierendes, also für mich inspirierendes Gespräch aufnehmen können. Und ich so Leute wie dich kennenlernen kann, empfinde ich als unfassbar riesengroße Bereicherung, völlig unberechtigt und empfinde ich als Glück. Also es ist für mich so, dass ich sage, da habe ich Glück gehabt. Ja, also das sehe ich zu 100 Prozent. Ich weiß, worauf ich allergisch reagiere und deswegen war mir auch dieses eine Kapitel so wichtig, wenn Leute so sagen, was ja auch wie gesagt zu einem gewissen Grad stimmt, ich glaube schon, dass sich Qualität durchsetzt im Einzelsport. Das ist also ein sehr beschränkter, weil der meiste Sport, den es gibt, ist kein Einzelsport. Aber im Einzelsport, dass ich eine gewisse Qualität durchsetzen kann. Aber ganz bewusst dieses Kapitel nochmal, um das nochmal rauszubringen. Das Mädel hatte genauso viel Talent wie ich, die war genauso gut zum gleichen Zeitpunkt wie ich und die hat es nicht geschafft, weil sie mit irgendwelchen Bussen durch Europa fahren musste, um überhaupt zu Turnieren zu kommen. Die konnte sich niemals einen Trainer leisten. Ihr Vater ist dann super jung gestorben, die musste zurück sich um die Familie kümmern. Also es kamen ganz viele Faktoren hinzu und es gibt ja so einen, und das ist, weil du es erwähnt hast im Tennis, das ist für mich das Allerkrasseste, was ich niemals, und das ist vielleicht der einzige Grund, warum ich glaube, es gibt eine höhere Magie oder Energie oder Gott oder wie man immer es auch nennen will. Und das ist für mich dieser Matthäus-Effekt, der nach der Bibel benannt wird. Wer hat dem Wert gegeben? Als ich Top 10 war, ich schwöre dir, Paul, es war unglaublich, wie viel Glück ich hatte. Ich habe bestimmt im Jahr zwölf Matches gewonnen, die ich nicht gewinnen sollte. Die andere war besser, hat sich auf einmal angekackt. Der Schiedsrichter hat eine Entscheidung zu meinen Gunsten getroffen. Ich hatte einen Netzroller, es war wie verhext. Und genauso, als ich dann in so einer Spirale nach unten war, schien alles gegen mich zu laufen. Also ganz offensichtlich gibt es da so eine Verwebung von Energie, was es auch immer ist, die diese kleinen Entscheidungen dann zugunsten oder gegen deine Gunsten trifft. Und das werde ich bis heute, kann ich mir das nicht erklären. Ich habe letztens einen Podcast gehört von This American Life, wo es darum ging, das fand ich super, wo es darum ging, dass NBA-Spieler sich jetzt immer mehr beschweren, weil die Schiedsrichter jetzt top ausgebildet werden und alles mit Video nachgeprüft wird. Und es gibt diesen Bias, wie die Amis sagen. Also Schiedsrichter unbewusst entscheiden immer für die Favoriten. Und dadurch, dass es jetzt ausgeglichener ist, fühlen sich die Favoriten wie in LeBron James, die großen Stars, als würden sie ständig benachteiligt werden, weil es einfach ausgeglichener war. Weil sie gewohnt waren davor, die Calls für sich zu bekommen. Aber das ist nicht die einzige Erklärung. Irgendwas ist es dieser Glaube, dass du Top 10 stehst und die andere zweifelt einen Moment an sich, weil die andere, weißt du, was auch immer es ist, es gibt es zu 100 Prozent und ich könnte meine Hand ins Feuer dafür legen, dass ich mindestens zwölf Matches in diesem Jahr gewonnen habe, die ich niemals hätte gewinnen dürfen. Und die zwölf Matches machen dann am Ende den Unterschied, ob ich neun stehe oder 35. Total. Und kannst du es beeinflussen? Also weil dann hast du es ja geschafft. Der Pet Key to Success. Gibt es irgendwas, was dieses Momentum dann doch ein bisschen shiften kann? Also hast du irgendwas im Sport, ich muss hier rausgehen, damit ich weiß, ab jetzt, Petko hat gesagt, ich mache das und dann mache ich das jetzt. Also weil, interessanter ist ja, also natürlich kann man das Positive, ich gebe dir total recht, aber ein Mittel, was man macht, wenn es runtergeht. Weil genau die gleiche Sache passiert einem ja schon auch, dass dann so, ach, jetzt ist das auch noch, dann sieht man nur negative Sachen und dann ist das so. Aber da schaue ich immer sehr beeindruckt auf Sportler, vor allem Einzelsportler, die ja dann doch einen, also ich habe zum Beispiel mal mit einem Sportpsychologen geredet, der vor Elfmeterschützen bei Fußballern, denen quasi Kindheitserinnerungen antrainiert, dass die die letzte große Freiheit war auf dem Bauernhof von der Oma und dann sagst du, da war ein roter Apfel und dann machst du dir Augen zu und rot, rot, rot und stellst dich und das shiftet das dann sozusagen. Ja, genau, das kenne ich auch. Was macht Petko? Was kann ich in Zukunft machen, wenn es bei mir bergab geht? Also ich habe einen Schlüssel, der in dem Prozess selbst funktioniert und ich glaube, was der Unterschied ist zwischen, sage ich mal, mir als sterblicher Tennisspielerin und jemandem wie Roger Federer oder Serena Williams, die ich als unsterbliche Tennisspielerin verstehe, ich glaube, die können das nach Belieben abrufen und zwar ist es dieser Flow-Zustand und dieser Flow-Zustand ist eigentlich ein absoluter, hundertprozentiger, keine doppelten Böden Vertrauenszustand. Das heißt, du schaltest komplett dein Bewusstsein aus und funktionierst rein nach Unterbewusstsein. Das heißt, du vertraust dir selbst so sehr, dass du funktionieren wirst, ohne einen Gedanken einschalten zu müssen und das ist halt wahnsinnig schwierig, weil irgendwo haben wir alle Zweifel und die kommen dann manchmal ins Bewusstsein und eine Sache hat Roger mal gesagt und das werde ich bis heute nicht vergessen und ich weiß immer noch, wie das funktionieren soll. Er hat irgendwann mal gesagt, er spielt jedes Match, egal in welches Match er geht, er geht immer mit dem gleichen emotionalen Zustand ins Match. Mein emotionaler Zustand, der ändert sich 25 Mal alleine im Warmspielen, und er hat gesagt, jedes Mal, egal ob es Finale Wimbledon ist, erste Runde in Dubai, bei irgendeinem Turnier, Rod Laver Cup, er geht in jedes Match mit dem gleichen emotionalen Zustand und das sagt mir, dass er diesen Flow-Zustand, der wirklich das Ideale ist und in diesem Zustand gibt es die Möglichkeit einer Niederlage, gibt es nicht, weil da denkst du gar nicht drüber nach, du bist in einem absoluten Vertrauen und das auf dich selbst und das ist so ein Mindfuck, weil zumindest die Menschen, die ich kenne und die ich auch gerne habe, haben ganz oft Zweifel oder hinterfragen Sachen oder reflektieren Sachen und das ist der Schlüssel, aber ich habe leider keine Tipps, wie man das, man kann es trainieren durch Meditation, aber dass man das so ins Leben integriert, das finde ich total schwierig und das ist wahrscheinlich das Geheimnis irgendwie. Aber du hast gerade in deiner wunderbaren Art das erheblich besser formuliert bekommen, was ich ja vorhin so rumstotternd mit nicht planen und auch, also das hat ja auch super viel, ich fühle mich total erinnert gerade und dachte gerade eben mit großen Augen, ey, gegebenenfalls ist das tatsächlich was, wo ich ganz gut drin bin, weil ich so dieses Hauptmotto mit Cross the Bridge when you reach it, ist ja am Ende auch Vertrauen. Das ist 100%ig Vertrauen. Gebt dir da Mühe und also ich weiß, wenn ich mir Mühe gebe, kommt da was raus, wenn ich Energie reingebe, egal in welches Projekt, also ob das jetzt hier den Garten aufräumen ist oder ob das Eis verkaufen übermorgen ist oder also so, ich habe ein zutiefes Vertrauen, dass das schon okay sein wird. Also so, es wird nicht weltmeisterlich, aber es wird okay. Also so, wenn man sich die Mühe und das, und wo ich das gelernt habe, wo ich es hernehme, weiß ich nicht, aber ich weiß ganz genau, dass ich mir wenig Sorgen machen muss, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich nicht reich bin. Also weil genau da müsste man das eigentlich, also weißt du so, weil ich … Dann müsstest du eigentlich so hustlen dann … Und du müsstest Angst davor haben, pleite zu gehen oder was auch immer, das habe ich auch nicht so richtig. Um dann so zu akkumulieren und zu investieren. Ja, genau. Und wirklich, und da bin ich richtig mies drin. Also so, ich bin so weit weg vom Millionär, das glaubst du gar nicht und denke mir jedes Mal, hä, ich bin doch so übermäßig erfolgreich mit dem … Ich verdiene doch so viel Geld, wo geht das überall hin? Wo ist das Geld hin und so weiter? Und das ist eben auch die fehlende Langfristigkeit, wo ich halt sage, scheißegal, was nächstes Jahr ist. Das wird schon irgendwie okay sein. Und dann machen wir halt hier ein Tenniszentrum auf. Wobei, wie heißt der neue Tennissport, denn jetzt alle spielen in Amerika, dieses Querding, Pickleball. Pickleball. Wie stehst du dazu? Schlecht stehe ich dazu. Das ist ein Schwachsinn. Aber das ist für mich … Jetzt komme ich, gehe ich kurz auf den Rant, weil Pickleball … Bist du die Rentnerin, die sagt, oh, die scheiße, die nein. Ja, genau, hundertprozentig. Da muss ich kurz in meinen. Und da sind wir alle so meine Freunde. Aber wir sind natürlich auch ultra eifersüchtig, weil Tennis ein wahnsinnig schwieriger Sport ist. Und Pickleball nimmst du halt diesen Schläger in die Hand und hackst gegen den Ball und es macht Bock. Und du kannst dabei Bier saufen und Musik hören. Das kannst du halt beim Tennis nicht. Und wir sind so hyper eifersüchtig, dass halt so ein krasser Hype darum entstanden ist. Und wir stottern uns da seit Jahren einen ab, um Tennis wieder populär zu machen. Und sind froh, wenn Pharrell Williams bei Serena Williams zuguckt. Und jetzt schreiben alle über Pickleball. Das ist einfach nicht fair. Aber trotzdem, das bringt Leute an den Ball. Und das ist ja vielleicht ein Eintritt. Vielleicht ist es ja so, dass darüber Leute Zugang zu dem wunderschönen Sport des Tennis führen und dann langfristig. Also ich glaube, es ersetzt es ja nicht. Aber also in Amerika wird jeder Ball, also jeder Platz wird umgebaut gerade die ganze Zeit. Und alles wird die ganze Zeit umgedreht. Und ich glaube aber, und vielleicht hilft dir das in der Verarbeitung des Pickleball-Hypes, es liegt vor allem an dem Rentner-Dasein. Weil Tennis ja dann doch, also jetzt kommt ja die neue Generation, jetzt wird alles wieder entfallen. Vor allem durch euer Magazin natürlich. Da werdet ihr ganz viele Leute für den coolen Art, die coolen, die Underground-Plätze von Brooklyn lernt man dort wahrscheinlich. Und mit guten Essens- und Unternehmens-Tipps noch kombiniert. Aber die jetzige alte Tennis-Generation, ich glaube, die können auch teilweise keine Tennis, so erkläre ich mir das, weil Pickleball spielen schon auch ganz schön viel alte Leute. Also so 78-jährige Alte, die sich ja nicht mehr bewegen können. Ja, das ist auch okay. Das stimmt schon. Ich habe halt nur die Befürchtung, dass wir als Gesellschaft, jetzt mache ich in großen Gesellschaft, so sehr hasse ich Pickleball. Ich merke es gerade. Dass wir als Gesellschaft uns daran gewöhnen, den Easy-Way-Out zu nehmen, weißt du? Weil Pickleball, wie gesagt, das nimmst du in die Hand, das kannst du sofort einigermaßen. Und Tennis, ich habe jetzt wieder mit so ein paar Kindern gespielt, und da schlagen halt die ersten 10 Minuten 80 Prozent einfach am Ball vorbei, weil es halt eine Verlängerung vom Arm, und dann musst du das noch einschätzen und koordinativ einproben. Das ist alles nicht so einfach. Deswegen purer Night of Pickleball von Andrea Petkovic hier. Wie bist du im Tischtennis? Ich bin sehr gut. Ja? Zumindest, wenn ich es dann mal ein paar Mal mache. Wie ist das mit dem Ellenbogen? Das weiß ich gar nicht. Weil immer dieses, wobei der Ball ist leichter, das könnte vielleicht funktionieren. Weniger Widerstand. Ja, das könnte funktionieren. Spiel mal mal Tischtennis. Ja. Der amtierende Tischtennis-Champion in Heidelberg gibt es einen Garten, und da wurde sehr viel Tischtennis gespielt. Ah, wirklich? Ist im Moment Thomas Tuchel. Ach, hör auf. Der eindruckendste Tischtennisspieler. Ach, hör auf. Aber der sieht doch so aus wie sonst. Durch reinen Kampf. Ja? Der hat mich niedergemacht mit, und ich bin wirklich ein guter Tischtennisspieler. Und er hat durch Psycho-Defensiv und kompetitiv wie die Sau ... Ohne ihn zu kennen, würde ich sofort unterscheiden. Unfassbar guter Tischtennis-Spiel. Hast du gesehen, wie er mit dem Handshake ... War er direkt gefeuert? Ich lache jetzt, ich finde es nicht witzig, aber den Handshake fand ich witzig. Das Feuern findest du nicht witzig? Nee, das finde ich nicht witzig. Jetzt wird er doch Bayern-Trainer, oder nicht? Meinst du, das wird es so? Ja, wahrscheinlich. Ich bin ein großer Fan von Thomas Tuchel. Ich glaube, dass er wahrscheinlich schwierig ist, im Team, also weiß ich nicht. Keine Ahnung, das müssen andere beurteilen. Ich kenne sehr viele ehemalige Spieler, die richtig Fan von dem sind. Ja, siehst du. Also deswegen, der ist ein richtig herzlicher ... Und der steht für die Spieler einfach. Ich mag halt das genau. Das ist bei Trainern immer wichtig, wenn die quasi den Shit in der Öffentlichkeit auf sich nehmen, aber sich vor ihre Spieler stellen. Und ich finde immer, als Trainer sollte es dir wichtiger sein, dass du das Vertrauen und die Liebe deiner Spieler hast. Und die Öffentlichkeit soll dich halt runtermachen. Und das hatte ich immer bei ihm das Gefühl. Das habe ich auch bei Jürgen Klopp das Gefühl. Und ich glaube, dass das deswegen funktioniert auch oft, weil die Spieler da ... Dann kommen wir wieder zurück auf dieses Vertrauen. Da dieses unabdingbare Vertrauen in ihren Trainer haben und deswegen dann diese Titel irgendwie reinholen. Das ist schon faszinierend, wie jemand so ... Ja. Aber ich habe jetzt gelernt, warum ... Ich werde jetzt ... Ja, das versuche ich jetzt auch. Aber du hast es, glaube ich, auch ein bisschen so natürlich in dir drin. Und er hat es auch natürlich in dir drin. Deswegen ist es für so verkopfte Menschen wie mich wahnsinnig schwierig, die so mit zehn Gedanken gleichzeitig aufstehen am Morgen. Aber das ist, glaube ich, echt der Trick des Lebens. Und manche haben das natürlich ... Das sind ja auch diese Surfer-Dudes, die du in Kalifornien hast. Die haben das ja auch so. Denen ist ja Fame egal oder so. Die haben keine Eitelkeiten, sondern die wollen halt the next wave, bro. Was ich ja immer nervig finde. Aber warum finde ich es nervig? Weil ich genau das, genau, weil ich das überhaupt nicht habe. Und ich das Gefühl habe ... Und du sagst, hallo, ich habe hier so viel Dürmeres. Ja, das ist das Glück des Lebens, so zu sein. Und deswegen hate ich diese armen Surfer-Dudes, die dann so, boah, the next wave, bro. Und die spielen bestimmt auch Paddle, insofern. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für diese Stunde hier, liebe Pett. Danke, Paul. Danke, dass du den ganzen Weg nach Darmstadt gekommen bist. Gehen wir jetzt noch einen Kaffee trinken irgendwo? Gibt es einen guten Espresso irgendwo in Darmstadt? Ich kann dir einen machen. Machst du mir einen Espresso noch? Vielen, vielen Dank. Sehr interessant. Danke. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke. Und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat zwei, drei Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt es bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche, dienstags, neu in deinem Podcast-Player.